Head-to-head, Kontrahenten sehen sich über gut 70 Meter Entfernung und dann ab die wilde Fahrt. Beide kommen gut weg durchs Achteck, beide vor der fliegenden Treppe, jetzt hat Wladimir leicht die Nase vorn, ist schon auf dem Turm und jetzt muss er abschließen, Wladimir Dick! Macht es, zweitlangsamster beim Single-Sprint, aber setzt sich durch im Bounce auf gegen den zweitschnellsten. Nasser Assefi geht in die Lucky-Loser-Runde, noch hat er eine Chance. Ich glaube, wir waren beide sehr aufgeregt, wenn man aufeinander zuspringt, man sieht seinen Gegner und dann ist man halt verunsichert und deswegen bin ich umso glücklicher, dass es geklappt hat. Klasse Turf, Leute!